Rär schwätzt Schwäbisch Als urschwäbisches Unternehmen ist uns der Erhalt und die Pflege unserer Traditionen, Werte und vor allem unserer Sprache äusserst wichtig. Deshalb erklären wir Ihnen unser Produkt WC-Cover, das mal auf verständlichem Schwäbisch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Wenn Sie mal unterwegs sind und dringende Globen nutzen müssen, sind die Globrille meistens total versaut. Das sind typische Nichtplätze für Keime, Bakterien und Viren wie zum Beispiel Ehek, Salmonelle, Hepatitis A und noch viel mehr. Die Globrilleauflage von Rär ist eine hygienische Einweggloauflage für unterwegs und verhindert den direkten Kontakt mit dem versauten Glo und vermindert so das Ansteckungsrisiko extrem. Von der Funktion ist es ganz einfach. Egal ob Mama, Papa oder Kind, man muss bloß die Schutzfolie von den Klebesträufen abziehen. An der hinteren Seite von der Globrille festbeppen und die Globrilleabdeckung nach vorne über die Brillsträufen. Die extra breite Auflage liegt über der komplette Brill. Dazu noch sind die seitlichen Fliegel und drei Beppen als zusätzlicher Schutz da, dass das Ding nicht verrutscht. Die Spezialfolie ist wasser- und keimdicht. Das Ding kann auch nicht verreißen. Wenn Sie Ihr Geschäft verrichtet haben, ziehen Sie die Globrilleauflage einfach ab und schmeißen Sie in den Mülläumer. Die Globrilleauflage kann ab dem 24. Monat benutzt werden und ist geeignet für Kind, Mama, Papa, Oma, Opa und wenn du hast auch noch Uroma und Uropa. Einfach für alle. Aber gerade für Schwangere wegen dem erhöhten Ansteckungsrisiko ist das optimal. Wenn Sie das jetzt alles verstanden haben, sind Sie schon mindestens ein halber Schwab. Wenn nicht, steht es auch noch mal auf der Verpackung. Machen Sie Ihr Zuhause sicherer. Machen Sie Ihr Zuhause sicherer. Vielen Dank.